Vier Verletzte und rund 26.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L 1199 ereignete. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 18.20 Uhr mit seinem Hyundai Taxen die Strecke von Stetten in Richtung Weltenbronn. Dabei kam er im Ausgang einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem Hyundai i30 zusammen. Dessen 36 Jahre alter Fahrer sowie seine 31 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind wurde zumindest leicht verletzt. Der 36-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Fellbach und Kernen. Der 18-Jährige Verursacher wurde ebenfalls schwer verletzt und wie die anderen in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr so auf trailerer Tage z Staffel aus dem